Hallo zusammen! Es ist sonnig! Es ist warm! Man mag es ja gar nicht glauben! Gestern bin ich nicht vor die Tür, weil es so kalt war. Jetzt haben wir gute 16, 17 Grad. Und wie man meinem Outfit entnehmen kann, oder vielleicht auch nicht, vielleicht trage ich jetzt sowas öfter. Machen wir uns gerade auf dem Shooting und die Location dürfte vielleicht ein paar von euch gar nicht so unbekannt sein. Weil es actually die Location meines ersten Vlogs war. Allerdings war es sehr dunkel und nachts. Und ich schneide hier mal einen kleinen Augenblick rein. Was war das? Warte, ich komme rüber! Warte, ich komme rüber! Ja, die sehen von hier schon! Boah, ist der Fleck, Alter! Schön, wie du ihn anläufst! Hallo, Bräuch! Den schneide ich auch rein, der ist wichtig. Die Rülpsquote muss erhalten bleiben. Viel zu lange nicht gewesen. Aber, falls ihr euch wundert, ich habe wohl Schuhe an. Und keinen richtigen Weg unter mir. So, wir sind jetzt an der Location. Ich habe mich jetzt mal ganz grazil hingesetzt. Let's Flair. Ja, sehr waldig. Vollmundig, bärig, im Abgang waldig. Was überlegst du jetzt gerade? Was für Mario Barth? Nein, du musst ja rein. Ich hole noch. Ich könnte jetzt genau deine Gürtel schneiden. Ich sehe sie. Ich würde euch die Gassen nicht kaputt machen. Das ist scheiße. Die stinken. Geh bitte weg. 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 Ist das überhaupt ne Wanze? Ja, ist ne Wanze. Geh bitte weg. Danke. Alles drauf. So. Das Wetter ist tatsächlich zu gut für unsere geplanten Fotos gewesen. Wir haben trotzdem noch ein paar schöne rausholen können. Ein paar hübsche Porträts. Und, sag du auch was? Ja, ich bin nur aber mega glücklich. Ja. Ja, du bist auch nicht die, die mit den 20cm Hacken hier ruhig gehen kommen. Hab dir gesagt. Eigentlich ist es nur schwierig, auf dem Weg zu bleiben. Ja, der Boden ist tricky. Ja, aber ich hab gutes Profil an den schon. Aber ja, es ist trotzdem entspannt gewesen. Jens, schön. So ist die Sonne für mich. Du hast dich beide auch umzukneifen. Ja. Aber ja, es ist wie es ist. Und morgen geht's dann ab zur LBM. Ja, bist du cool. Ja, ja. Morgen geht's ab zur LBM. Ich setze mich einfach auf. Ich habe keine Autofahrt gewesen. Also wir fahren gerade zur LBM. Und, ähm. Ist ja ausführlich einfach jemand, der eher von Kommen nicht erkannt werde. Keine Bilder. Michael Jackson. Eihihi. 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 Schmaunach. Ich glaube, in dem Moment ist gerade meine Kehle durchgerissen. Äh, ja. Wie gesagt. Wir fahren gerade. Und wir sind noch eineinhalb Stunden. Guck mal hin. Eihihi. Zusammen. Ähm. Wie man sieht. Wir sind... Also ich. Bali. Boah. Da hinten. Ja. Ähm. The fuck. Sind schon wieder aus unseren Cosplays draußen. Weil wir heute den ganzen Tag irgendwie nur gegammelt sind. Und irgendwie war es auch nichts, was man hätte vloggen können, weil einfach nur sitzen und entspannen war. Und, ähm, das ist ja ein Ton ausgemacht, man liebt von euch. Gell? Nein. Du hast es nicht geschaut. Das ist eine Katze. Gute Stimme, ja. Ja, wir essen jetzt und machen uns entspannten Abend und dann war es das auch. So, Tag 2. Vielleicht schaffen wir es heute mal ein bisschen mehr zu vloggen, ich weiß es nicht. Ähm, heute GoBoogies. Und hier Fade. Und hier zu. Aber wunderschön. Und ja, wir warten jetzt gerade auf unseren Zug. Und dann geht es schon wieder los, würde ich sagen. Yay! Und ich bin 14. Bist du ready? Ich filme, girl. Unser Vorgang ist ready. Alle stellen sich langsam bereit, suchen sich Licht, Hosen. Um, Hosen. Eine kleine Familie ist gut. Im Moment. Das ist unsere neue Familie, ist es noch eine gesamte Mutter. Hallo! Es ist dieragegleichsteh-er. Und das ist unsere Mutter. Hallo! Das war ihr Teil des Mischens. Einfach durchgegeben. Mira gibt alles. Hier nochmal Cosplayer im natürlichen Lebensraum. Stellen sich alle bereit. Ersatzspieler steht auch bereit. Ja, perfekt. Deine Bums machen Flicks, ey. Ja, wir hoffen jetzt rum und ja, wir haben jetzt Fotos gemacht und chillen jetzt, weil wir eine Pause brauchen, was echt anstrengend ist und echt so schlecht finde ich die Kontaktlinsen gar nicht. Ja, es ist voll, aber ich finde es okay heute. Ich finde es nicht zu voll. Das ist ganz am Anfang viel schlimmer als sonst. Meine Lieben, ich bin's wieder, die Anja. Oh, guck mal, ein Alien. Ja, was machen wir hier? Oh, 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 ein Fischi. Das ist auch noch. Oh, guck mal, so sieht das aus. Ja, das ist komisch. Ganz viele wärtliche Leute. Ja, das machen wir hier. Wir verkleinern uns wie komische Leute. Da war, glaube ich, gerade ein Handy schon. Oh, der hat sehr viel Spaß. Oh, da ist ein... Oh! Ja, genau, bitte, die Kamera, genau. Das ist ein Video. Ja, das ist ein Video. So sind immer die Leute drauf. Ist das ein Video? Oh mein Gott! Alles gut? Ja. In die Nase! Wie alt bist du? Ich bin 14! Ja, ich werde das so feiern die ganze Zeit. Ich komme gleich wieder. So, heute mal ein bisschen mehr Input tatsächlich als sonst. Und auch ein bisschen fleißig von anderen Leuten ein bisschen mitgeholfen. Und ja, zweiter Tag anstrengend, aber war sehr schön. Und dann ist morgen der letzte Tag auch schon. Und dafür morgen bin ich entspannt einfach alles und und es wird gut sein. Wie geht's? Wie geht's? Wie geht's? Ich will sein, Mann! Ich will sein, Mann! Ich will sein, Mann! Ich will sein, Mann! Es ist dein Sheriff von St. Moeberg. Wir sind rundherum, chillen mit unseren Tieren. Wir hören den Chor. Ja, wir haben Spaß! Wir kamen eigentlich die ganze Zeit nur rum hier. Wir kamen eigentlich die ganze Zeit nur rum hier. Die kamen ziemlich, sie auch. Oh nein! Ja, es ist Chili Mili heute. Wir drei chillen heute schon den ganzen Tag. Und ja, es ist ein Plan unserer Stadt, unser Dorf. Es ist ein Plan unserer Dorf. Es ist wundervoll. Jeder soll kommen, wenn der Kuh mitbringt. So, Mali liegt da unten. Wir sind jetzt auch nicht mehr so lange da, denke ich. Wir werden es bald packen. Ich sag jetzt nochmal dann hoffentlich meinem Schatzi Tschüss. Und... Typical thing. Ja, und dann geht's nach Hause. Und... Ich bin total fertig. Und wir sind alle total fertig. Ja. Yo! Hello! Es ist Sonntag. Es ist 22 Uhr. Ja. Wir sind jetzt zu Hause. Ich war gerade Haare waschen. Und... Mali schläft noch hier. Ja! Und... Ja. Ist jetzt ganz schön high live noch gewesen bei uns. Aus Gründen. Also, was wir so mitbekommen haben und so. Nicht bei uns selber, sondern so... The people around us. Die... Für die wir sehr caren. Und... Ist jetzt aber Gott sei Dank alles okay. Und... Alles ist unter Dach und Fach. Und du schaust so... Mhm. 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 Ja. Preach, sister. Preach. Ja. Ne, alles gut. Wir sind jetzt zu Hause. Und... Kurzes Fazit zur LBM. War mega chillig. Mega chillig. War echt schön. Wir haben viel rumgegammelt, viel rumgesessen. Haben uns nicht stressen lassen. Weder mit den Cosplayers, noch wann wir auf der Con sind. Noch wann wir gehen, wann wir essen, was wir essen. Wir haben uns überhaupt nicht stressen lassen. Das hat echt gut getan. Nächstes Jahr ein anderes Hotel, weil das hat uns sehr enttäuscht. Oh ja. Obwohl ich da schon seit guten 10 Jahren hingehe. Ist die Hand auf meiner Schulter. Ist ja alles gut. Wir suchen ein neues Hotel. Wir suchen ein neues Hotel. Wir suchen ein neues Hotel. Airbnb ist nächstes Mal. Ganz ehrlich. Ähm. Ja. Ähm. Das war so die LBM. Ich hoffe, der Vlog war mal ein bisschen ähm... geplanter als die letzten. Und ähm. Danke an Mali, die ganz viel Behind the Scenes gefilmt hat. Und ja. Dann bis entweder irgendein Shooting oder bis zur Animuk. Wir sehen uns bei dem KabupatenaufPod 오늘도's alimenta vet Distant des objects wie bei einem